Hallo, hier ist DisneyOpa, heute mal mit einem anderen Video und zwar mit einem Auspackvideo, einem sogenannten Unboxing Video. Und zwar habe ich hier den Lego Friends Kalender, den Adventskalender mit 24 Türchen und ich werde jetzt jeden Tag davon ein Türchen öffnen, heute das erste. Aber erst einmal muss ich den Kalender ein bisschen öffnen und zwar hier unten, da muss ich ihn aufmachen, gleich einmal auf, einmal da, und einmal da, brauche ich nicht, da oben ist er, da ist der Tesafilm, alles klar. So, wollen wir mal schauen, was ist hier hinter für, okay, jetzt müssen wir ihn einmal drehen. Und dann haben wir da den Kalender mit 24 Türchen und eine Bodenplatte dazu. So, kann man das sehen, ich denke mal schon. So, und dann würde ich mal sagen, öffne ich heute mal das erste Türchen. Ziehe doch mal ein bisschen wieder ran, und mal schauen, aha, Türchen Nummer 1 ist hier, also will ich es mal aufmachen. Ups, gar nicht so leicht. Aha, das geht gar nicht so einfach auf hier. So. Wow, ein sehr stabiler Kalender, ein Lego-Fans-Kalender, und was haben wir da, oh, sieht aus wie eine Figur. So, wollen wir mal schauen. Dann einmal aufmachen, das Päckchen, nehmen wir den Plastik weg. Dann würden wir mal sagen, das scheint dieses Mechel zu sein, oder die Frau. Sie hier, könnt ihr sehen. Also passt mal auf, ich mache es mal etwas weiter hinten. Einmal der Unterkörper, der Kopf und die Haare. Jetzt soll ja auch gut aussehen, das Mädchen. So, komm her. Ha, das ist doch schon mal hübsch, oder? Dann der Oberkörper. Und alles zusammengesteckt. Und schon haben wir das Ergebnis von Tag 1. Ja, würde ich sagen, das war jetzt der erste Tag. Und dann kommt morgen Türchen Nummer 2. Bis dann, tschüss, euer Disney-Opa.